Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung fordert auf, also es sollen Maßnahmen ergriffen und die unterirdische Spaltung... Herr Abgeordneter, ich würde Sie bitten, mich auch anzusprechen. Oh Gott, da habe ich das tatsächlich vergessen, das tut mir leid. Sehr geehrte Frau Präsidentin, selbstverständlich. Meine Damen und Herren, wir haben einen Antrag der Koalition vorliegen, wo CCS verboten werden soll und CCU genutzt werden soll. Hintergrund ist eben die Entscheidung im Bund, was meines Erachtens dann Vorrang hat, in Zukunft auch bei der Novellierung eben CO2 eben speichern zu können und das wird dann auch Vorrang, denke ich mal, auch über die Länder haben. Und deswegen glaube ich, ist es nicht gut, wenn man einfach jetzt hergeht, dahergeht und sagt, naja, wir haben einen Beschluss von 2012 und ohne weiter darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, dass mittlerweile zwölf Jahre Technologien sich verändert haben, dass wir uns da hingehen, das machen wir mal plump und lehnen das weiterhin ab. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Vorhin sagt mir noch, Herr Falk, die CDU steht dafür ein, dass sie hier Technologien durch ihre Ablehnung verhindern. Hier wird von Haus aus neue Technologien für die Zukunft eben verhindert mit diesem Antrag. Und somit hat sich, um da überhaupt entscheiden zu kommen, ob man dafür oder dagegen ist, da stellen Sie doch erst mal zig Fragen, die man erst mal vorher abdiskutieren. Ich hätte mir mal gewünscht, dass man bei so einem Thema dann auch einmal im Wirtschaftsaufschuss oder im Energieausschuss etwas auflegt und damit man mal darüber diskutieren kann, bevor man hier einfach hingeht und sich einseitig hinstellt und sagt, naja, jetzt verbieten wir das einfach so ganz pauschal, ohne irgendeine nennenswerte Begründung. Ich will Ihnen mal sagen, was uns da für Fragen aufgeworfen sind. Sie reden ja von geeigneten Lagerstätten und ich würde mich ja fragen von Feldberger Löcknis und Feldberger Seenlandschaft, ich würde mich auch immer fragen, auf welcher Grundlage denn überhaupt diese Lagerstätten dann ermittelt worden sind. Sicherlich wird im Bund, gibt es eine Stelle, die das mit ermittelt, aber ich würde mich schon interessieren, was das hier im Land gesagt hat. Es sei denn, Sie haben solche Unterlagen, Sie haben solche Gutachten, dann zeigen Sie mir die, wir haben sie nicht. Wir haben in der norddeutschen Tiefebene unter der Nordsee geeignete Gesteinsschichten und die Frage ist ja, wurden auch bei uns beispielsweise geologische Gutachten von konkreten Standorten durchgeführt und wenn ja, wurden beispielsweise auch Lagerstätten in der Ostsee, nicht nur in der Nordsee, sondern auch in der Ostsee untersucht beispielsweise. Ist das, ich weiß es nicht, ob das gemacht worden ist, aber die Frage stellt sich mir dem auch. Und wenn man dann zu den Speicherkapazitäten kommt, dann ist ja die Frage, Sie reden ja von einer Nutzungskonkurrenz, also wir brauchen die Speicher sozusagen für den Wasserstoff und deswegen wollen wir den CO2-Speicherung eben ausschließen. Da frage ich mich, von welchen Speicherkapazitäten gehen Sie denn aus, dass Sie einen gegenseitigen Ausschluss oder Vorrang dort einlegen. Haben Sie Berechnungen über Speicherkapazitäten, was den Wasserstoff angeht, was die CO2 angeht, das liegt doch gar nicht vor. Deswegen kann man doch gar kein Urteil darüber fällen, ob das oder das das Richtige ist. Das ist doch nicht seriös. Und wenn es diese Nutzungskonkurrenz zwischen CCS und geplanten Wasserstoffspeicherungen gibt, dann sollte das eben quantifiziert werden. Wir haben eben, wie gesagt, keine Daten. Und also fasse ich zusammen, dass ein generelles Verbot in CCS, so wie Sie es in Ihrem Antrag vorschlagen, vorher eine sachliche Prüfung umgesetzt werden. Wir brauchen da Prüfberichte, wir brauchen auch eine Datengrundlage, damit man überhaupt entscheiden kann, was ist der richtige Weg, wenn denn vom Bund her in Zukunft dieser Weg aufgemacht wird, was vorher nicht möglich war. Und darüber muss man sich da auseinandersetzen, was für das Land Mecklenburg-Vorpommern das Beste ist. Dann kommen wir aber auch zu der rechtlichen Bewertung. Und angesichts der bevorstehenden Gesetzesänderung auf Bundesebene, die CO2-Speicherung in Deutschland zu erlauben, ist es fraglich, ob die Forderung des Antrags auf Landesebene dann überhaupt umsetzbar wäre. Wir wissen das, Bundesrecht bespricht Landesrecht. Und ist es möglich, dass MV, CCS sozusagen eigenständig verbieten kann? Ich weiß es nicht. Ich habe den Gesetzentwurf nicht gelegen, aber diese rechtliche Bewertung, ob das nun richtig ist oder falsch ist, das kann ich doch eigentlich erst machen, wenn ich diesen Gesetzentwurf in der Gänze eben überhaupt kenne. Was mache ich denn hier voreilig schon irgendeinen Antrag und eine Festlegung, wenn ich noch nicht einmal weiß, wie im Bund die Auslegung dann ist und ob ich überhaupt als Land, ob ich überhaupt als Land ein eigenständiges Verbot eben überhaupt durchsetzen kann. Das macht doch keinen Sinn. Und noch dazu, wo es kurz bevorsteht. Ganz ohne zwei Emissionen wird es in Zukunft nicht gehen. Wir werden, egal wie es ist, auch wir haben ja gesehen, auch von 2012 bis heute, wir sehen ja trotzdem, dass die Technologien sich wandeln und so weiter, dass es immer irgendwo einen Rest-CO2-Ausstoß geben wird, mit dem man umgehen muss. Und wenn man diese Ziele, 245 Klimaneutralität oder 325, 65 Prozent gegenüber 1990 einhalten möchte, dann ist eben CCS und CCU ein potenziell entscheidende Technologie zur Erreichung dieser Ziele. Und da ein kategorisches CTS-Verbot würde, in MV von wichtigen technologischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Chancen abschneiden. Und diesen Luxus, entweder oder Debatten, können wir uns, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern nicht leisten oder ich würde mal sagen, sollten wir uns nicht leisten. Zu den Wasserstoffplänen. Sie setzen oder Mecklenburg-Vorpommern setzt in Zukunft aufs Wasserstoff als zukunftsweisende Technologie. Das würde ich befürworten. Keine Frage. Und deshalb ist es wichtig, was ich vorhin schon sagte, dass man diese Nutzungskonkurrenzen identifiziert und abwägt. Und dazu gehört aber auch dazu, dass viele dieser Wasserstoffpläne noch nicht oder noch in der Entwicklung sind. Ich will jetzt auch dieses Beispiel mal nennen von dem Sommerempfang der IHK. Nur das kleine Beispiel, ich weiß, das ist ein Beispiel von Lastkraftwagen, von dem Lieferverkehr. Und wenn man da mal guckt, dass dann der Anteil der wasserstoffgetriebenen Lastkraftwagen bei 0,002 Prozent liegt, dann kann ich jetzt noch nicht von einer ausgereiften Technologie für die Zukunft sprechen, wenn sie das gleiche überhaupt nicht einschätzen können. Deswegen müssen wir die Pläne für Wasserstoff mit einer Offenheit für andere Technologien einen, offen für Technologien. Herr Damm, immer offen für Technologien. Im Falle von bestehenden Nutzungskonkurrenzen zwischen CO2 und Wasserstoff 2 erst zu prüfen, muss im Einzelfall entschieden werden, welch eine Technologie langfristig für Mecklenburg-Vorpommern den meisten Nutzen bringt. Und am besten wäre es aber, ein integrierten, technologieoffenes, energiepolitisches Gesamtkonzept aufzustellen oder zu entwickeln, in denen Technologien wie CCS und Wasserstoff koexistieren können. Es geht beides aus meiner Art, beziehungsweise wir können es noch gar nicht sagen, es wäre aber wünschenswert, wenn man denn überhaupt einmal Voluminas oder der Arten berechnet, was wir ja gesehen haben, dass es das gar nicht gibt. Und deswegen wird es immer, es wird immer CO2-Emissionen geben. Denken Sie, das ist glaube ich heute schon gesagt worden, bei der Zementherstellung. Allein die Zementherstellung weltweit hat 8% des CO2-Ausstösses. Es ist mehr, als der gesamte Flugverkehr auf der ganzen Welt ausmacht. Also wir werden diesen Rest-CO2-Ausstöße haben, trotz weiterschreitender Technologie. Und deswegen müssen wir auch damit umgehen. Und dafür braucht man Lösungen. Und das ist möglicherweise eine Lösung. Deswegen heißt es zum Schluss, wir brauchen wirklich eine fundierte Basis. Wir können momentan die rechtliche Beurteilung gar nicht vornehmen. Und deswegen will ich die Koalition dringend bitten und auch uns mitzunehmen, weil es so viele offene Fragen gibt, ohne dass man sich jetzt festlegt, diesen Antrag in den Wirtschaftsausschuss zu verschieben. Verschieben Sie ihn dahin, lassen Sie uns damit reden. Dieser Gesetzentwurf des Bundes, der wird in Kürze, denke ich mal, oder wird absehbarer Zeit kommen. Dann haben wir ihn auf dem Tisch liegen. Dann können wir vernünftig darüber reden und können gemeinsam uns ein Bild darüber machen, was denn der künftige beste Weg für Mecklenburg-Vorpommern. Aber bitte nicht kategorisch vornherein ausschließen. Das haben wir 2012 schon gemacht. Das machen wir jetzt aus und tschüss. Das ist nicht das, was wir uns für Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Deswegen bitte ich unseren Antrag auf Überweisung dem Wirtschaftsausschuss zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt für die Fraktion...